Im Kurort Bad Bertrich spreche ich mit vielen Menschen, deren Aufgabe es ist, Gästen bei der Gesundung zu helfen. Entspannen, wieder fit werden. Dafür hat jeder Kurort viele Anwendungen. Doch dieser Ort im Tal zwischen Eifelbergen hat etwas Besonderes und das eint alle unsere Gesprächspartnerinnen. Sie sind begeistert von einem neuartigen Landschaftskonzept. Ein Park, deren Besuch uns beruhigen soll, uns dazu bringt, zu uns selbst zu finden, durch die Natur zu gesunden. Wir gehen durch den landschaftstherapeutischen Park und lassen ihn auf uns wirken. Dafür gehen wir durch das Tor, an dem man die Sorgen ablegt. Schon zu Beginn macht uns ein vergittetes Regal darauf aufmerksam, wie wir die Natur hier aufnehmen sollen. Es fehlt eine Tasse im Regal und das ist es, was man uns sagen will. Trau dich mal nicht alle Tassen im Schrank zu haben. Lass dich auf deine Fantasie ein und genieße. Die Zeit lässt man hier einfach mal verstreichen, ohne sie zu beachten. Man löst sich vom Alltag, findet seinen Weg auf dem Barfußpfad, genießt den lauen Wind im Schatten eines Baumes. Woher kam die Idee für einen landschaftstherapeutischen Park? Das landschaftstherapeutische Konzept ist von dem Herrn Schober aus München, einem Landschaftstherapeuten beziehungsweise einem Psychologen, entworfen worden. Und der hat Bad Bertrich entdeckt und hat genau diese Stelle dafür, ja, sah diese Stelle hier besonders prädestiniert dafür. Und wer kommt hier her? Sind das Einheimische, Touristen oder Leute, die auch in den Kliniken drumherum sind? Ja, ich denke mir mal in erster Linie die Gäste, die hier in Bad Bertrich wohnen, aber auch viele Gäste aus dem Umland, die gerade am Wochenende ihre Auszeit hier im Park suchen, ein bisschen spazieren gehen, sich ein bisschen erholen, sich in so eine schöne Sonnenliege legen und einfach den Tag genießen. Und wenn Sie nebenan arbeiten, haben Sie da manchmal auch die Zeit, den Park hier zu besuchen? Also ich persönlich genieße es, mal in der freien Zeit eine halbe Stunde zu nutzen, einfach einmal hier durchzugehen und mich, wie gesagt, in so eine Liege legen, die Augen zumachen, die Natur genießen und einfach zur Ruhe kommen. Kurfürst Clemens Wenzelslaus hatte sich schon hier wohl gefühlt und baute sich hier ein Schlösschen. Der Kurfürst war ja in Trier und Koblenz unterwegs und hat hier seine Sommerresidenz gehabt. Was ist denn das Besondere überhaupt hier in dieser Gegend, warum man hier gerne seine Sommerresidenz hat? Ich denke mal einmal wegen dem Klima und natürlich wegen unserem Klaubersalzwasser, wegen der Therme. Schon die Römer haben damals unsere Quelle gefasst und haben das Thermalwasser genutzt zum Baden und zum Schwimmen. Seit 2013 gibt es von Mai bis Oktober ein tägliches Erlebnisprogramm im Römerkessel für Kurgäste, aber auch für die Menschen, die in Bad Bertrich wohnen. So gibt es Fantasiereisen im Park, asiatische Entspannungszeremonien oder Nordic Walking. Wer gesund ist, fährt als Eifel- oder Moselurlauber trotzdem gerne mal im Kurort Bad Bertrich vorbei und lernen Park kennen, um sich für die ein oder andere Stunde vielleicht noch etwas gesünder zu fühlen.